In der alternierenden Double Press wird zu dem Druckmuster noch ein Anti-Rotationsthema mit dem Rumpf in Richtung der Füße übertragen. Das macht die Übung auch so wertvoll. Auch da drauf, dass du in der Konzentrik, in der Bewegung nach oben trotzdem explosiv arbeitest und ausreichend Druck über die Füße in den Boden verankerst. Das macht die Füße in den Boden verankerst.